Was hältst du von unserem neuen Anführer? Heute wird es dank der Krogs viel einfacher. Krog? Du willst mir Krog? Du hast nichts gesagt in die Tür. Also gut, ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nun kann ich schon jeden Finger fangen. Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als die auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Du versuchst nächstes Mal einfach nicht dich. Das wird viel tun, sehe sogar. So lernst du, wie ich jetzt schon angekommen. Ich bin der alte Brenner. Alles gut, ich bin der alte Brenner. Weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist kein... Gerechtigkeit? Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Stamten. Das ist das stetige Ausmerzen 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 der Stamten. Was ist das stetig? Es ist zu klein. Schneid mich los. Ich trage diese Kmar an mich um. Worüber beschwerst du das Merz gehört? Wer beschwert sich dich? Das ist nur was die Sklaven immer sagt, wenn sie gerade nicht um ihr Leben flegen. Wenn ich dir die Zunge drauschneide, redet sie dann noch weiter? Geht. Geht. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Du da! Ja, du! Mit diesem traurigen, absehnigen Blick in deinen Augen! Wirst du heute, hm? Ich... Gula! Hm. Gula! Ich, ich, ich. Ich muss das Feuerherzen! Wenn es eins gibt, das mich stört! Wow! ist noch im Auftragsgebiet ja 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 Wo sind jetzt die Pfeile? Toll! Da ist gerade der Häuptling! Der Hauptmann! Oh! Wo soll man da herkommen? Na guck ich erstmal wo ich den Pfeile krieg! Du hast schlecht über dich angeredet! Dafür wirst du jetzt nicht gegrillt! Das sind nicht mehr so viele! Aber natürlich der Typ! Tja! Diesmal werde ich dich nicht so schnell töten! Das ist nicht mehr so schnell! Das ist nicht mehr so schnell! Das ist nicht mehr so schnell! Ich werde jetzt ein paar Kollegen! Die wirken! Das war für den Kopf! Das ist nicht mehr so schnell! Ah, das sind vielleicht zwei Hauptdingen, aber weh, keine Chance. Moment, ich rieche etwas, dieser Urk wurde erschlagen. Wir verschwenden unsere Zeit, ich hab die Suche satt. Ich dachte, ich hätte Menschen vielleicht gerochen. Ich hab genug davon, ich suche nicht mehr weiter. Da drüben, Menschen am Schaum. Der Mörder ist schon über alle Berge. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Ohne meine Armbrust würde ich nie in die Schlacht ziehen wollen. Ich hab lieber auf meine Feinde ein. Schön, dass nächster wäre. Ganz meiner Meinung. Viel mehr Schaaf zu. Ja, diese Bewachung da. Wie viel da immer angelaufen kommen? Kaum ist man in der Nähe, kamen da zig Leute angelaufen. Vielleicht sollte ich mir erst mal welche andere suchen. Wo sind sie denn? Da ist auch noch einer. Freiheit. Ok nochmal wieder auf die andere Seite. Ok nochmal wieder auf die andere Seite. Ok nochmal wieder auf die andere Seite. Ich schenke genau hier drunter zu sein. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, redet sie dann noch weiter? Da hat sich etwas bewegt! Da drunter! Den hier ablenken. Was ist denn jetzt dieser Sklave? Zum Glück bist du hier! Hilf mir! Ich weiß es war dumm diesen Ort zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun nur um dich kämpfen zu sehen. Warten wir lieber auf was geschieht weit weg von dieser Leiche! So wird das nichts! Ah, da will ich Mund gegen schleichen. Versuch doch etwas Kleberes zu tun! Was ist das hier? Rekrutierung. Oh, da heißt man... Na, weiß nicht. Ach, den kenne ich noch. Der war sehr schwer. Man kann jetzt mal nach da... ... So, dann wollen wir uns mal daran verdienen. Weil... Ah, das ist der Knopf. Oh, hier habe ich schon alles. Standhaft war bis zum Ende. Aber es gibt was Neues. Das ist schon mal gut. Vielleicht gibt es da was Besseres. Da hinten wir zum Beispiel... Ah... Ah... Ne. Da gibt es nichts Besseres. Das passt schon so. Und hier beim Bogen... ... ... ... ... 10% ist ein bisschen wenig, ne? Und momentan habe ich... Was ist Schattenangriff? Ich habe es noch nicht, was ein Schattenangriff ist. Und ich nehme mal den hin. Das kommt eigentlich auch nicht häufig vor. Was haben wir hier? Ich denke, es ist von 21% bei einer Tötung mit Terrorisieren. Ja, wann mache ich mal Terrorisieren? Ein Greifabstechen. Was ist das? Schleichtütung, 58% Fokus. Das ist das, was ich zum Schießen brauche. Aber da schleiche ich, da regeneriert sich das ja sowieso. Ach, ich weiß nicht. Das sieht doch lieber so. Verbesserung. Was ist das hier? Attribute. Oh, ich kann mir noch was kaufen. Was hätten wir denn gerne? Mehr Pfeile? Ach, es sind nur zwei mehr. Für den Bogen. Das richtig tolle Sachen waren da ja nicht dabei, ne? Nee. Ich bin direkt hier unten. Mal schauen. Ach so, ich muss das dann wieder... Ach so, ich muss das dann wieder... Die Menschen machen sich zum anderen bereit. Schnell. Da muss man, glaube ich, schnell sein. Ich habe mir eine Menge Ruhrungs zum Hinrichten beschafft. Das wird los, du Schreck. Los! Ich habe mir eine Menge Ruhrungs zum Hinrichten beschafft. Die Stört irgendwie auch noch. Im Umgegen-Kernkampf. Schnell. Schnellen. 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 Wird diesmal kein Tier zu Hilfe? Dann wirst du wie eine sterben! Verhub doch herauf! Mehr funktioniert das nicht! Glaubst du nicht weh doch, dass du das nochmal probierst? Spür doch mal die Quelle! Wurd das nicht weh, dass du nicht weh, dass du nicht weh! Aber der Technik sickst mal, aber der Technik hat natürlich auch Utwirkenschläge. Aber das ist nicht mehr so, dass die Ziton nur noch genau das. Also haben wir ein Ziton als die Ziton auch leχut. Wenn der Ziton sich um Panik ein bisschen etwas, oder? Vermitteln! Nein, Tötungsangriff. Zumindest müsste ich es doch jetzt erreicht haben. Hinrichtung gelöst, ja. Gott. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der beste Tag ist ein toter Tag. Der beste Tag ist ein toter Tag. Ich wollte den hinrichten. Was habe ich jetzt für neue Sachen? Von 36% sehen Gesundheit zu regenerieren. Und was habe ich jetzt gerade hier? Aha. Das sind aber 40. Also das war nichts. Und hier gibt es rumzahnstufe 6. Aber ich habe ja schon 23. Nix Gutes dabei. Ich habe aber einen Fähigkeitspunkt. Das ist schon mal was. Durch Todsdrohung erhältst du epische Runen von Häuplingen. Hört sich nie schlecht an. Wenn deine Treffersäge aufgeladen ist. Ja, ja. Wenn, wenn. Es spricht bei einem Verhör eine Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Durch Todesdrohung erhältst du epische Runen von Häuplingen. Und mit 30% von Hauptmännern. Komm her. Komm her. Ich will sie jetzt nicht. Rinde Hört nicht! Run! Run! Da hinten, okay. Der ist schon wieder. Noch mal weg, ich will was von der Mg-Würf sehen. Okay, da muss ich da rauf. Hopp, 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 hopp. Hier kann ich nicht rauf. Okay, dann muss ich von dieser Seite rauf. Oh, auch noch. Ich muss sie retten, bevor sie hingerichtet werden. Ich muss sie retten. Okay, dann muss ich die Seite rauf. tja wer weiß das schon so genau nach der unten ist die beiden schon wieder ich habe die beide schon getötet da kommen wir mal wieder ich mag es aber auch vorher zu schießen sachen gibt es die gibt es gerne hat das bild ist zu den einen und und der dampf noch hier 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 hier